Die Kontrolle beginnt vor allem mit Ihren Gedanken. Es ist sehr interessant, wie Ihre Gedanken, was Sie denken und wie Sie denken, bestimmen. Ihre Werte bestimmen, was in Ihnen vorgeht. Sobald Sie gespeichert sind, bestimmen Ihre Gedanken, Ihre Gefühle. Die Art und Weise, wie Sie denken, bestimmt Ihr Gefühl, ob Sie glücklich oder unglücklich sind, ob Sie Angst haben oder nicht. Ihr Vertrauen und Ihre Gefühle bestimmen Ihr Handeln. Wir beginnen mit dem Gesetz der Kontrolle. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, zu fühlen, dass Sie der Architekt Ihres eigenen Schicksals sind, der das Steuer Ihres Schicksals in der Hand hat. Leben. Sie übernehmen die volle und totale Kontrolle über Ihr Leben, indem Sie Ihre Gedanken kontrollieren. Ihre Gedanken werden Ihre Gefühle steuern, Ihre Gefühle, Ihre Handlungen und Ihre Handlungen. Vergessen Sie nicht, Ihre Handlungen bestimmen Ihren Erfolg oder dessen fehlen.